Allah subhanahu wa ta'ala sagt, verrichte das Gebet an den beiden Tagesenden und wahrlich die guten Taten lassen die schlechten Taten verschwinden. Als der Diener gehört hat, alleine nur durch das Gebet, was er verrichtet hat, ist diese Sünde verschwunden, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Sünde gelöscht, dann sagte dieser Mann zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, ali hada, ist das für mich speziell, dass ich diese Sünde, die ich gemacht habe, für die ich mich bitter schäme, dass Allah sie einfach vergeben hat durch das Gebet, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, li jamii ummati kullihim, das ist für meine gesamte Ummah. Allahu akbar. Schaut mal, dieser Mann hat gesündigt und keine gute Tat gemacht, aber er hat was verrichtet? Was hat er verrichtet? Das Gebet. Und wir wissen, was macht das Gebet? Was macht das Gebet? Bitteschön. Es reinigt die Sünde. Welche Sünden? Er sagt alle, ist das richtig? Bitteschön. Die kleinen Sünden, richtig. Das heißt, das, was der Mann mit der Frau gemacht hat, gehörte zu denen? Kleinen Sünden. Nicht, dass ihr jetzt rausgeht und sagt, barak laufikab ul barak, jetzt habe ich endlich meine Antwort bekommen. Ja, al-zubillah, fürchtet Allah. Ja, Ibn Hajj al-Asqalani, rahimu allah ta'ala, sagt, das ist ein Beweis dafür, dass das zu den kleinen Sünden zählt, was er gemacht hat. Warum? Weil alleine durch die Tatsache, dass er gebetet hat, ist die Sünde gelöscht worden. Und subhanallah, dieser Mann hat nicht einmal gesagt, ja Allah, vergib mir. Alleine durch das Gebet wurde ihm vergeben. Und in einer wunderschönen Überlieferung sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, und hört diese Überlieferung. Wallah, es sind so viele Geschenke heute an euch von Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, aber ihr seid geizig mit dem Salawat. Er sagte, wenn der Diener sich aufstellt zum Gebet, dann tut Allah, sallallahu alaihi wa sallam, seine gesamten Sünden auf seiner Schulter. Wo? Auf seiner Schulter und auf seinem Rücken. Und jedes Mal, wenn er sich verbeugt, den Rekord macht und in den Sujud geht, in die Niederwerfung, was passiert mit den Sünden? Sie fallen herunter wie Blätter von den Bäumen. Versteht ihr jetzt, warum manche Leute zehn Minuten im Rekord stehen? Zehn Minuten sich verbeugen, zehn Minuten die Niederwerfung vollziehen, aus einem einzigen Grund, damit in dieser Zeit was von ihnen abfällt? Die Sünden. Möge Allah, sallallahu alaihi wa sallam, die Sünden von uns nehmen. Daher, wenn ihr mal alleine betet, natürlich in der Gemeinschaft muss man auch darauf achten, wer hinter einem betet, aber wenn ihr alleine betet, macht lange Rekord. Einer der Lieblinge, möge Allah, sallallahu alaihi wa sallam, mit ihm barmherzig sein, er ist gestorben, subhanallah. Der Schech sagte, als er ihn gesehen hat beim Gebet, er hat ihn beobachtet, er hat sich mindestens eine Dreiviertelstunde niedergeworfen. Er war 45 Minuten im Sujud. Wie lange? 45 Minuten, so lang wie eine Halbzeit von einem Fußballspiel. 45 Minuten beim Sujud. Schaut mal, was der Schech sagte. Er sagte, wallahi, sein Körper ist zwar hier auf der Erde, aber seine Seele ist oben bei einfach. Wann hast du das letzte Mal, lass die 45 Minuten, wann hast du das letzte Mal nur 5 Minuten im Sujud gelegt? Wann? Wann hast du dich das letzte Mal 5 Minuten niedergebrochen? Subhanallah, bitte telefon ausmachen. Schaut mal, liebe Geschwister. Urwa ibn Zubair, radiallahu anhu wa rahimu wa ta'ala, der Sohn von Az-Zubair, dem Paradiesbewohner, dem die frohe Botschaft gegeben wurde, dass er in dieser Dunia schon das Paradies erreicht hat. Allahu Akbar. Urwa ibn Zubair, er sagte, eines Tages ging ich heraus aus dem Haus und dann kam er am Haus von Aisha vorbei. Da war der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, schon tot. Und er sagte, so durch das Schimmern sah ich, wie Aisha im Sujud war. Aisha war wer? Die Frau von Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allah jeden erniedrigen, der sie beschimpft. Allahumma amin. Er sah sie im Sujud. Dann sagte Urwa, dann bin ich rausgegangen zum Markt und habe alle meine Sachen erledigt und kam später wieder und ich sah durch das Schimmern immer noch, dass sie im Sujud war. Allahu Akbar. Welche Tat hat dich zum Schluss erstaubt? Eine Tat, die du gemacht hast. Sag mir eine Tat von dir, die dich erstaunt hat, wo du gesagt hast, also mit erstaunt meinen wir nicht, dass du dich gut fühlst in dem Sinne, ha, ich habe was geschafft, sondern dass du dich freust, dass du gegenüber Allah, also demütig warst. Wann war das letzte Mal, dass du dich gewundert hast über eine Tat? Dass du 20 Minuten Sujud gemacht hast? Dass du vielleicht 500 Euro gespendet hast? Dass du vielleicht einen halben Tag Wecker gemacht hast? Wann war das das letzte Mal? Uthman ibn Affan, wie Sheikh al-Islam, rahimu allah ta'ala, erwähnte, und er sagt, die Überlieferung ist authentisch, hat einmal nach dem Isha-Gebet, nach dem Isha-Gebet, in einer Rak'ah den gesamten Koran durchgelesen, im Gebet. In einer Rak'ah den gesamten Koran durchgelesen. Wir lesen Qulhuallahu ahad und gehen 50 Mal dabei. Er hat den gesamten Koran durchgelesen. Ja, ich war eine Frage an euch. Was denkt ihr, warum haben uns solche Überlieferungen erreicht? Warum haben uns solche Überlieferungen erreicht? Über diese edlen Salaf, über diese edlen Vorfahrt. Warum? Aus welchem Grund haben uns genau solche Überlieferungen erreicht? Ich bitte schön, damit wir ein Vorbild darin haben. Aber wer ist unser Vorbild? Messi! Baff Didi! Subhanallah! Hat Allah solche edlen Diener erschaffen, damit wir uns an Kuffar ein Vorbild nehmen? Sei stolz darauf, dein Vorfahrer hat in einer Rak'ah den gesamten Koran durchgelesen. Manche schaffen das nicht mal im gesamten Monat Ramadan, den gesamten Koran zu lesen. Und daher, ja, ich war, diese Leute haben den Genuss des Glaubens gehabt. Daher konnten sie auch machen, was sie gemacht haben. Und Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, hat einmal im Nachtgebet so lange gestanden, bis seine Füße angeschwollen sind. Er hat Schmerzen gehabt, aber er hat weitergebeten. Warum? Seine unglaubliche Dankbarkeit gegenüber Allah. Als er gefragt wurde, du hast Schmerzen, wie kannst du weiterbeten? Und Allah hat dir schon bereits alles vergeben. Stell dir vor, zu dir wird gesagt werden, alle deine Sünden sind dir vergeben. Was würdest du uns sehen? Wir würden sofort zu einer Insel fahren und nur noch Schirmchen trinken, richtig? Wir würden mit dieser Welt abschließen. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ihm wurde gesagt, dass alle seine Sünden vergeben worden sind. Was hat er gemacht? Er hat im Nachtgebet so lange gestanden, bis seine Füße angeschwollen sind. Und als er gefragt wurde, Allah hat dir doch bereits alle Sünden vergeben. Warum tust du dir diese Schmerzen an? Sagte er, Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Allahu Akbar. Er hat in der Anstrengung seine Erholung gefunden. Er hat was? In der Anstrengung seine Erholung gefunden. Das ist schwer für uns zu verstehen. Ihr müsst mal vorstellen, wer von euch ist neu verheiratet? Wer von euch ist neu verheiratet? Wir empfehlen das nicht, aber wer von euch ist neu verheiratet? Na, du bist neu verheiratet. Ist das Lachen jetzt aufgesetzt, oder? Aber ist auch schön, ne? Abend, Möge Allah uns tugendhafte Frauen geben. Wenn du neu mit deiner Frau verheiratet bist, die ersten Tage, und du musst mir zuhören, die ersten Tage sind die schönste. Warum? Weil da liebt die Frau den Mann noch. Schaut mal, sie ist bereit, ihn ein Drei-Gänge-Menü zu machen. Nach diesem Drei-Gänge-Menü siehst du, dass sie seine ganzen Händen bügelt. Und danach kommt sie zu ihm und fragt ihn, ob er noch was möchte. Wie gesagt, das sind nur die ersten Tage. Aber du siehst, sie lachen die ganze Zeit, obwohl sie sich körperlich anstrengt. Und das macht sie aus Liebe zu ihrem Mann. Wie sollte dann unsere Beziehung zu Allah a.s.w. subhanah sein, der uns nur einfach vergeben möchte.